freunde herzlich willkommen zu einem wunderschönen lascarus let's play mit meinen freunden und ich bin hier mit esther den kann man auch hoffentlich gleich mal sehen wenn er hier in juno rein spawnt die charles sind vom scratch neu das einzige was wir darauf getan haben sind 25 kk die könnt ihr euch aber auch als neuer spieler überall abholen bei eurem lehrmeister zu empfehlen genau hier kommt für dann immer die gruppenanfrage direkt an ihr könnt dieses wunderschöne let's play auch gut als einen kleinen guide nehmen ihr seht ihr juno und hier ist der cash merchant du hast wieder gruppenanfrage aus jetzt der märz geht rein der funktioniert sehr selten tatsächlich aber wir können jetzt auch meinen ich habe das gefühl dass es charp hängig können ja die fähigkeiten selber ausprobieren dann nehme ich mir drei hast mit ich nehm 15 digga ok 15 15 ok und 100 sagen habe ich jetzt noch ja ich hole auch erst mal nur 100 ja jetzt muss zwei stella gehen dann brauchen wir den nur das brauchen wir auch egal hier seid ihr hier voll am kickdown machen was ist das denn für eine kacke wir brauchen noch ein meister guck mal gucken wir online ist irgendwelche hilfsbereit menschen ich hoffe von denen alles einer da aber klaus ich habe eingefunden wenn ein meisten meister habe ich gefunden wenn dann bei unserem tarazan heißt der vielen darm für die annahme schreibe ich ihnen noch wir sind ja nett wir nehmen noch keine spenden an er ist ab der erst veröffentlichung nach juno beginnerquests ist es egal die nehmen alle nicht an mann tarazan muss man ja tarazan was denn das und ganz unten war da bei mir nice also dann würde ich sagen machen wir direkt die beginnerquests oder erst mal titelreine und beide ja mann ja gehen wir hier vorne raus wie es schöner und da kann man direkt mal die schlammenschlau drin zeigen na warte wir haben keinen noobie blässt ja rückzug haut den hermes rein ja ich hau mir auch erst mal hermes rein jetzt schon schnell was aufs aufwelsseh ich habe mich mies verklickt hey keine fremdwerbung bei negativen wirkung jetzt ja ihr seht wir haben direkt fans im chat lily habe ich auch die lily auch rein ja oder ja drei stunden mann müssen aber drei stunden durchziehen ja klar wir verschwenden hier keine items mann rein damit brauchen fixe so loll so schnell direkt ein bogen gedroppt aber schlutter ist auch ne armbrust boah das lohnt sich ja richtig hier mit combat in yuno ja das ist ja richtig geil ja wir dürfen nicht über zwölf level ne ja und dann scale point gelegt da rein ja dann kann der mal sterben kann man direkt mal zeigen wie autopick funktioniert ja stimmt das ist mir auch gerade aufgefallen und dann auf konfirm ja wir brauchen füchse jungs hallo ja dann zurück kriegst du naja man farmt momentan übrigens sehr gut snowflakes die kann man dann auch sehr gut eintauschen ja hmm da sind noch ein paar digger das ist ja aha du hast gefühl muss ich die quest ist ja übertrieben scuft mann die dauert ja anderthalb jahre aber die lohnt sich natürlich für diese rewards was kriegt man denn da ja aber man sollte ja man sollte ich hab alle 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 drei oder was nee fix drin jetzt brauchen wir 20 in hitti jaguar ja das ist gut weil es davon so viele gibt jo jetzt hält man hier die ganze scheiße mit auf ja du hast ja sogar skills forward schon ja ja ok wir haben 5 stück elite jaguars brauchen wir da ist mit davon schaffn wir den schaffn auf 3 machen wir alles und was ist das denn boah ey davon gibts hier nur einen wo nee zwei ey lass sollen wir diese quest nicht einfach überspringen ich würd auch sagen wir überspringen die die wollte ich gar nicht beide machen das lohnt sich ja mal überhaupt nicht also das würd ich jetzt auch den Werten zuschauern überhaupt nicht empfehlen diese quest ja ja ob der zweiten oder dritten ja was will man denn damit ey ich hab keine autos an lass mal so ein werwolf spielen oder ja schaffen wir den digger hast du naze naze mit level 5 ich war nur nicht einmal skilled boah der ist wanted gewesen digger ich schaff nicht mal so ein scheiß re ok mit skills gehts wow man so ich bin ausgeskillt bis level 10 9 guck mal bam ja meiner geht jo meiner geht auch ich krieg ein bisschen mehr attack ich krieg ein bisschen mehr attack das close the monster man wohl mal zu drücken das hätte ich niemals levelen doll ja das sind nice saxophone beats bei mir im hintergrund gerade ist echt angenehm diggy und macht ihr schon wollen wir ein paar explis am rennen holen ich hatte gerade welche drin ihr könnt ihr erst auf level 10 machen ja digger mage giga stark digger hier ich trau mich jetzt mal hier gegen so ein elder werewolf junge bam der ist auch einfach wanted oh oh schurken jo 27er ja das ist nicht mehr die alte droppliste von 2009 ich glaube ich muss ja auch mal den skill max so jetzt habe ich hier so eine level 10er box bekommen da ist ein absauber drin richtig nice ja das ist doch auch eine richtig gute sache oder nicht nur zwei stunden ich hoffe wir können uns gleich irgendwann äh beta pferde buffs erschnoren oh das wäre krass ja aber nicht spawnt da gleich irgendwo einer AH Digge ich wäre fast in den fluss gefallen ey ich muss mir meint ihr wir müssen Collector rein machen ja ne hm ja mit level 12 schon was denn ey ich brauche Hilfe bei diesem jaguar ich habe Collector drin ich habe xp samm drin oh bro renn bruder oh godfeller du musst äh skill rein machen Collector oh crossbow ich habe noch ein xp samm drin und warum ja wenn du Collector drin hast dann ist alles gut die müssen trotzdem zu dem Satz paschen die müssen trotzdem zu dem Satz paschen die geben noch viel mehr ja die sind aber auf der ganz anderen Seite von der Map oder sehe ich das jetzt falsch ja das ist absolut richtig ich würde sagen wir laufen durch den Fluss komm mit was das ist ja untergefallen das ist ja untergefallen ja wie das aussieht bro voll unsichtbar ja man hä krass wenn man von oben guckt hä hä ja 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 digga das ist ja krass ja komm hier ist abkürzung wie ist echt abkürzung short path wir können ja mal den unoboss ausprobieren hey woher kennst du denn diese 1337 abkürzung hier merkt euch die ja es gibt sogar noch einen besseren zu ne also einen richtig guten da müssen der Spot hier ist schon schön das ist eigentlich der einzige auch ja der hier ja halt hinten links ist noch ein guter ja ja nee du musst unten rechts ohne Witz da ist nur Spot da sind 100 Stück auf einmal hoch unten rechts auf der Map oder wie das habe ich letztens bei MyDNC gefunden lol ja das ist doch nice wie viel FP habt ihr schon hä 219 ich habe 173, 178 ich glaube wenn ihr einen killt kriegt ich auch gute FP 10 ja 5 kriege ich ich habe grad 10 kriegt ich bin fast down ey Gottfelder ich krieg dir was warte ich kann Heilung erlernen glaube ich ja man nee das ist nicht handelbar die scheiße warte hier noch als ob du direkt voll warst von Crossbow sag mir wenn ihr einen Bogen droppt ja ja ey ich habe schon 2 Token und 4 Keys ich hab 3 Snowflakes und 2 Keys ey ich spiel jetzt mit den Token ich hoffe ich krieg's jawoll Skillpoint Booster ach das ist ja das spielt übrigens automatisch jawoll 2x Skillpoint Booster wo geht man mit Key jetzt drauf als neuer Spieler auf ganz links in der Hoffnung auf Pooches oder vielleicht auch ganz rechts wegen Coin of Performer für Cast Ketten ja davon brauchst du aber 50 ich geh auf links ja wünscht mir Glück hm ne ich hab 4 Coin of Performer gewonnen naja ist schon Glückwunsch ich hab das bekommen 4 Coin of Performer 4 Coin of Performer 4 Coin of Performer aber ich hab äh FP Samen 20 FP pro Mob das lohnt sich ich guck mal ob ich auch welche krieg ja du musst nur Leon aufhören meine mobs zu klauen pass down oh Digga wieso kriegst du so viel Damage so lässt sich empfehlen mit einer Heilerin zu sein wenn ihr ja Gottfeller hast du dich denn schon entschieden wirst du denn zur Attentäterin oder zur Scharfschützin das ist ne gute Frage ja das musst du raus das musst du dir jetzt gut überlegen was ziemlich realistisch ist dann würde ich das die Zuschauer entscheiden ja ich lass das nicht die Zuschauer entscheiden weil sonst wird es Hexe ja ich level doch nicht als Hexe Bro und ich level doch auf gar keinen Fall als Klerik ey ne Hexe und ne Klerik und dann so n schöner und n Damage-Dealer ne so richtig auf der kompletten Oldschool Basis wir brauchen noch Tabler im Bunde ja man Digga Digga warum ist bei Youtube zu 90% bei No Copyright Digga Hört sich alles gleich an an dieser Stelle an dieser Stelle füge ich Musik im Hintergrund im Nachhinein ein oder irgendwann das geht überhaupt nicht voran wie das geht nicht voran ich hab 600 FP ja ich auch eigentlich können wir jetzt anfangen durch zu grinden ich hab zwei was hast du keine Token getroppt nein das ist natürlich nicht gut ja in 5 Minuten ist ja wieder Token Zeit ich wünsche dir viel Glück hast du auch FP Sam bekommen? ich ja ich hab auch schon wieder zwei neue Token wenn ich welche kriege schenke ich dir die FP Sam 5 5 5 komm ran dauert noch 5 Minuten bis Token Time ja ich hab grad wo bist du so rein hier ich kann dir 10 schenken kann man die ja ne ich brauch nochmal ein Heal Digi das ist ja echt komplett close ich hätt gern noch ein Skill wo ist Esther? wo bist du? ja ist Energy Cutter gut? ja safe gut dass sie übrigens Autobuster sind ja auch selber nie aber nix gut ey Mage ist ja völlig stark man mit ihren zwei Skills im Early Game ich krieg auch 4FD Digga die brettert anders hier die Monster rum man den Müll hier will keiner verkaufen 4FD auf der Homepage wenn ihr dann ein paar loyalty points habt paar Potions kaufen genau den Loyalitätsshop den können wir jetzt ja dann auch richtig gut nutzen wir könnten voten für 500 Loyalität aber das machen wir natürlich spätere benutzt wiederbeleben wiederbeleben quatsch muss gehen ab wann kann die das? mhm ab wann kann die das? ab 25 da gibts jetzt 2 Optionen also entweder bleibst du jetzt liegen bis Esther Level 25 ist oder du stehst endlich auf und kommst wieder her 600FP die zusammen sind ja das ist doch gut hab ich auch ich hab jetzt 993 ey ich hab ne Hand gekriegt ne wir können ja gleich noch durch den Prokey waschen ein was? ja ich will auf meinem Serverchat ob jemand Buffs geben kann Pferde Buffs genau dann lass mal jetzt in den Prokion dann können wir jetzt stattgehen treffen und sind statt mit dem eben Verstorbenen oder? da geh ich vorher Equipment kaufen Marc oben links im Inventar ist Rückkehrrolle oh ich verhalte mich so nett irgendwie wir müssen ihn aber Gruppe nehmen scheiße wir müssen der ist safe nicht so ne der ist nicht so low wir müssen alle so mit ihm in Gruppe rein so und jetzt Prokion Rushen oder wie? wir wollen erst mal wieder eine Combat lief mal die Party mhm holt er schon mal ne Drahtal Rolle oder so mhm Rush war nicht so vorbei schon mehr gibt's nicht so es gibt doch nen Prokion Porter oder? ja aber für später schon mal die kauf ich mir bring mir eine mit Digga zu spät direkt Prokion oder was? ja? ja hörte ich mal sagen den Collector raus und Kickdown mhm Panzer oder Drachei? da hab ich noch nix in welchen Gang bist du rein oder ihr? wo ist Felix? hm ich hol mir 3 Handwerkskarte ah wir sind so behindert da ist doch nen scheiß Telepotter ja das hab ich schon gesagt hat der doch gesagt hallo? hallo ist ein da ist noch nen Prokipop ja den haben wir ja genutzt benutzt du Samnion? ja hab ich jetzt grad mal aber ich warte jetzt bis Felix wieder da ist der ist nämlich der ist nämlich offline warte mal wir gehen mal zurück an den Anfang hier gibt es gerade anscheinend technische Schwierigkeiten Felix ja ach so das dann Teleporter steht ich dachte du wärst offline ja dann hau mal Samen durch damit du aufs Level zurückkommst oder ich hau mir auf 20 einfach ein Ding rein ja genau macht einfach Level 20 und dann machen wir's bis der letzte 20 ist so ein Teil rein Kollektor boah hier gibt's nice Drops moin Tim übrigens könnt ihr euch falls ihr neu auf dem Server seid auch einfach am Anfang Cast Ketten erschnorren und way schneller leveln wie wir jetzt hier gerade und man könnte auch ganz andere Varianten nutzen aber wir wollen natürlich auch für etwas neuere Spieler eine Struktur schaffen jetzt bin ich außer sind schon 22 äh wie man hier gut vorankommt ach leveln wir jetzt durch ja und ich hab schon was Gutes vorgeschlagen im Discord vielleicht könnt ihr das ja alle abvoten warte genau wird's für die neuen Spieler auch einfacher ja macht mal ein bisschen ein Spiel kannst du wieder ein Viertel ändern jawohl ich bin 22 ja egal ich spiele in der Zeit meine Keys weg hallo 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 ah jetzt geht's sehr gut wir hatten gerade technische Schwierigkeiten bei unserem äh let's play Partner Felix user in your channel timed out das ist äh das war jetzt nur das die andere Connection nicht wundern oh oh lol jawohl ich hab 10 Leute Lucky Pouch gewonnen den Dieb machen aber hat nicht geklappt wie lange leaven wir jetzt hier hm auf 30 oder 31 und dann gehen wir vor das Gewölbe ich find das eigentlich so gierige dass die nicht mal Platinskills sauber geben ich glaub wir könnten mal äh Gewölbe skippen und den Otherway zeigen was wow ne denk ich auch nicht ja Gewölbe können wir nicht zusammen rein ja wir müssen aber zumindest die Quest machen ja das stimmt das macht ja auch jeder der hier anfängt also das muss man ja schon zeigen ja gut stimmt das ist schon in der Tat war ja dann würde ich ab wann kann man denn nach Igea ja wir 60 glaub ich oder 50 oder so ja ab 50 oder ne 60 weil du musstest immer im Gewölbe glaub ich auf 60 oder 70 machen ich glaube auf 60 also mindestens 60 wir haben unseren Partner äh ja wo ist unser Partner ich bin immer noch in diesem Orgraum wo seid ihr bei 29ern oder sehr egal wir sind irgendwo ich weiß nicht wie man den Raum beschreiben soll komm wir gehen zurück 415,87 ist die Koordinate danke danke bitte ich bringe mich viel mit einem 3 Etagentempel wir spielen mit 2 Tasten wo du nicht mal beherrscht wir sind in dem langen Gang neben dem Orgraum weißt du was ich mein da wo diese Einschluchtungen sind mit diesen rundenräumen ja ich sehe da hinten irgendwas wir sind wieder in dem Orgraum wo wir ganz am Anfang waren ja wir sind wieder in dem Orgraum wo wir ganz am Anfang waren ne ich hab Skills gelernt und rausgesucht bam schöne OE hier lang wenn ihr euch von jemandem ziehen lassen wollt immer den einfach anklickt damit der hinterher läuft genau das ist der ganz falsche Weg so wird man nicht zu einem guten Lost Chaos Spieler oh 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 ne die kannst du teuer verkaufen ja ist die spawnt leider ist echt die spawnt? ja die Devil Run und so schon what the fuck aber ich hab die Run of Protection 2 gekriegt die ist auch sehr viel wert ja also da geht's zum Spieler der heißt Minecraft Pro der zahlt da 50k für ja das wurde mir auch erzählt ja man kriegt schon gut Items auch im Low Level jo na gut Schneefronken ne sind halt nice aber wenn wir den wenn wir das Gewölbe skippen könnten wir den OG Way zeigen Junge nein den können wir nicht skippen allein schon wegen dem Titel ja das stimmt ja ok das kann man nicht skippen und wegen den FP ja wir sind noch gar nicht in Gilde gegangen ne na wir können ja in irgendeine unsere nette aktive Gilde suchen System Error sucht noch aktive Member ja das hab ich das wurde mir auch erzählt hat vorhin nicht irgendein Offi von System Error noch rekrutiert? nach Neuling Level egal? oder irre ich mich? eigentlich kann man mal XP zusammen raushauen ja vielleicht auch dafür aber dann sollten wir zu 29ern hier sind doch teilweise 29er ja wir können aber hier zum Beispiel rein wo? hier bei mir also links von dir gerade eben hä? warum hat ihr Sand nicht gezogen? wo bist du? bei SLP ja oben oder in der UNO? da seid ihr in dem Sandraum? ja so ungefähr ist da Sand oder nicht? ich weiß nicht ob das sein ist ja wo bist denn du? komm auch im Sandraum hier ist keiner ja wahrscheinlich an anderer Seite ja boah vielen Damen hallo der wird hier auf jeden Fall am schnellsten im Low Level auf jeden Fall auf jeden Fall am schnellsten im Low Level nicht das ist sehr reudig dass diese Samen nicht automatisch reingehen zu verwöhnt ja mit welchem Level wollen wir uns denn ins Gewölbe verabschieden? ähm wir müssen erst vor das Gewölbe zu diesen Elite Goblins weil wir müssen 45 erst machen warum habe ich keine Deadlings Waffe? ach wir können erst mit 45 schnell rein ja aber das geht schnell vor dem Gewölbe bei den Goblins echt? ja lass mich mal bei mobs hauen weil ich bin voll behind die Hand was bist du? die Hand ich bin selber auch erst 28 Heidi ist zu ok ja also falls absolut das sieht du weißt was zu tun ist stimmt wir hoffen da auf baldige Verbesserung äh so äh Stellung immer auf Decks bei Shurken na ganz wichtig der Mage natürlich auf Intelligenz ok Hexe vielleicht auf Quan ne? muss man ja kommt drauf an da du Hexe spielen wirst da wir uns kein Hass kaufen müssen genau damit ihr das sparen könnt mach schon 10 Mondsteinkisten ne? das ist doch schon mal was können wir gleich mal diesen Öffner zeigen ne? bei Stellar ja stimmt also der das Open Box System so so kriegt man ab 31 die Rüstung ja 30 oder? ja 30 ich hab jetzt schon wieder ein HP hä? diga ich hab für Level 10er Paket krieg ich ein 2 Stunden HP Stealer und für Level 30er nur ein 1 Stunden oje ich geh mal kurz solo wenn wir uns da hier drüben hauen damit ich mal rankomme ihr habt euch auch Waffen aufgehoben neue ne? ich nicht ich hab die Red Lange gequatscht drin neue Waffen kriegt die Rüstung bis 130 meine ich ja ist absolut richtig so also von mir aus können wir weiter ziehen ja von mir auch noch was wie viel Samen habt ihr jetzt? nein im Moment ich hab 40 ich hab noch 62 ja 60 verdammt ihr müsst warten ich bin Level 30 ich ich gaine hier komplett die neue XP so ich hab jetzt 1000 FP ja gucken was ich so neue skilln kann unsichtbarkeit ist auf jeden Fall gut ja also mein Skill-Trainer geht nicht mehr ab meiner schon was brauche ich denn äh wiederbeleben oder? auf jeden Fall also zum wer ist ich aber jetzt habe ich nur noch 900 das war ein bisschen teuer ja gut so ein Kram wie wiederbeleben brauchst du ja eigentlich nur Level 1 ne? ne baue ich Level 5 um meine Klasse zu wählen oder? ja gut ne baue ich nicht scheiße so unsichtbarkeit ganz wichtig